ah ok ich habe jetzt kurz überlegt wo ist jetzt noch mal rt und drücke die ganze seite auf lte ok dann haben wir jetzt einen kleinen super sprint wir wahrscheinlich hier verbrauchen alles klar haben wir geschafft zauberstab hier haben wir den also der hier so wo ist denn der zauberer hier reagiert er schon also ist er hier in der nähe wahrscheinlich hier irgendwo hier reagiert er nicht mehr also da drinnen wahrscheinlich sogar noch ja komm oder dahinter ich glaube wir müssen schon mal da rein ich glaube hier müssen wir irgendwas noch machen oder doch nicht da sehe ich was den stein habe ich ja gar nicht bemerkt mal kurz ablegen ok weiter funktioniert hier nicht da müssen wir noch ein paar sein von solchen steinen da da sehe ich schon mal den nächsten und da ist noch einer ok und so ach so ich wollte schon sagen ah jetzt ich finde das so süß auch noch mit dem stab hier wie er es im maul hält komm jetzt müssen wir noch einen neuen skin freigeschaltet haben ne anscheinend immer noch nicht oder wir gucken mal ob wir vielleicht doch haben und es uns nur nicht bescheid gesagt hat ne was wie schalten wir die frei ok hier haben wir das auf jeden fall schon mal erledigt erfüllt und da hinten müssen wir mal weiter aber ich würde sagen ich mache jetzt noch mal kurz ein kleines pinkelpäuschen dann sehen wir uns gleich nochmal wieder bis gleich so da bin ich wieder controller habe ich auch wieder in der hand und ich muss wieder so rauskommen ok gut dann machen wir jetzt mal weiter und schauen mal wo das uns jetzt hinführt ah ok da muss ich nochmal vielleicht vielleicht ein bisschen länger aufladen oder so ne keine ahnung ob ich das auch im sprung also im flug machen kann diesen Dings hier ne kann ich auch nicht muss ich noch länger aufladen muss ich noch länger aufladen auch nicht hä ok warum will das jetzt nicht klappen ah ok ok und jetzt ach ganz schnell ich hoffe der zauber hat noch geklappt ah da geht es jetzt auf nice ok hier dann eben noch ganz schnell das einsammeln ah ich wollte schon sagen habe ich jetzt eingesammelt oder nicht so und jetzt speichern nein falsche taste ah ah geil klappt auch im sprung ok ok das war knapp aber es funktioniert jetzt klappt es auch wieder da war das ja der ist passend dann den da noch ah ok perfekt so nice das haben wir geschafft ok da wahrscheinlich so oder auch so so funktioniert es auch da haben wir wieder diese dunkle Saat oder was auch immer das sein soll der hat da hinten was Insekt ok gehen wir mal weiter mal schauen was es hier gibt es hier gibt es auch noch was ok kein Zauberstab kein Zauberer kommt ich will hier durch ok sehr viel Blumen äh hallo ich will hier weiter komm ich will hier durch dann nicht dann gehen wir so rum ah wir kommen von hier da ran interessant wir kamen von da ran ok ok so nochmal ein juckt die Nase gerade sorry mal schauen ob wir auch an den anderen so rankommen den da ja kommen wir geil ich weiß nicht ob das so gewollt ist so dann sammeln wir nochmal die Blumen ein so dann sammeln wir nochmal die Blumen ein ne achso ok hallo ich will wieder da ran da müssen ja da vorne glaube ich noch einer ne doch nicht na da drin ist aber eins gibt es auch einen Eingang hier ist ein Eingang ah hier ist so ein Ding wieder ich habe keine Ahnung wofür die sind aber ich finde es cool dass die da also dass es die gibt es und hier unten gibt es auch noch Blumen so einmal einsammeln aber jetzt ist die Frage wie kommen wir da weiter was ist denn das da ah hier da ist noch einer sind hier eine Nähblumen oder muss ich wieder dahin zurück ich glaube wir müssen dahin wieder zurück so dann sammeln wir das nochmal ein so dann sammeln wir das nochmal ein so dann sammeln wir das nochmal ein und dann hier nochmal dann müsste sich das dann glaube ich lösen oder joo das löst sich was passiert da jetzt jetzt will ich es wissen ok so schnell komme ich nicht hinterher ok was hat sich da jetzt getan ah das Wasser füllt sich hier woher zeigt aber auch nicht viel das ist jetzt nur ein bisschen gestiegen davon ist ja auch noch was ok kein Zauberstab kein Harry ich finde schade dass hier kein Zauberstab ist hier ist wieder so ein Ding ok schnell eine Blume finden so die Blumen waren ja hier hinten so dann nehmen wir hier schnell eine obwohl ich jetzt auch wieder Bock hätte eine andere Farbe auszusuchen also einen anderen Skin komm wir nehmen wieder mal den Original ist nämlich auch sehr cool aus finde ich ok mehr gab es hier drinnen aber nicht und ich weiß jetzt nicht was das da unten sonst jetzt uns gebracht hat ah ich glaube ich sehe schon jetzt können wir hier entlang nice ok wir haben uns so jetzt den Weg hierhin geebnet so dann nochmal da hin ja die Dinger haben wir uns anders erschlichen war das jetzt der Geist hier oder was anderes hm hier haben wir schon mal den Zauberstab also Harry muss auch irgendwo in der Nähe sein ich gehe von aus dass er da oder hier ist und dann wohl eher da auch nicht ne oder hier in der Nähe vielleicht irgendwo muss er doch anfangen zu leuchten zu reagieren da könnte es auch sein da könnte es auch sein ne ist es leider auch nicht da müssen wir dann halt noch ein bisschen weiter suchen aber das Areal ist groß genug da könnte der sein ja hier ist er hier haben wir ihn gefunden und wieviel haben wir jetzt vergessen einen haben wir wieder übersehen und wieviel haben wir jetzt vergessen aber apropos übersehen ich habe jetzt erinnere ich mich ich hatte gerade noch irgendwas vor gehabt auf der anderen Seite bevor wir hier rüber geschwungen sind so komm schnell ok aber wir sind immer noch bei nein sind wir doch nicht da hinten hatten wir ja ne hier hatten wir ja einen übersehen also vergessen so eine Wand zu machen ne das war nicht hier wo war denn die Wand diese eine die wir verzaubern konnten da war sie die haben wir vergessen die wollten wir ja machen wo ich aber keine Ahnung für habe wofür die sind aber ich will die alle mitnehmen noch dann hier schnell nochmal die Blumen einsammeln zumindest eine wird es jetzt was oder komm ich will jetzt Magie haben ja so ok hat ein bisschen gedauert aber hat auch geklappt ok dann gehen wir mal weiter dann haben wir den Bereich jetzt auch noch abgeschlossen so speichern nice so und so ok dann da wahrscheinlich da hoch springt oh ok hat noch geklappt und da oben ist wieder so ein so ein rotes Tor ok dann gehen wir erstmal hier ah ich glaube ich weiß schon was wir machen müssen wieder diese Steine da zum Rollen bringen auf jeden Fall so so den ersten der löst sich jetzt sofort und schnell hinterher so das war der einfache Teil der andere ist wahrscheinlich da oben irgendwo da müssen wir den jetzt auch noch irgendwie zumindest den Weg dahin finden und das vermutlich hier so ah ok lass mir raten muss ich vielleicht so machen nein nein ok ok noch einmal noch ein Versuch äh ok und und ok das mussten wir ein bisschen das muss ein bisschen tricky gemacht werden und jetzt und jetzt und jetzt ganz schnell ok neuer Versuch neuer Versuch wo muss ich hin da dann ok jetzt weiß ich wohin neuer Versuch und jetzt ganz schnell ganz schnell ich hoffe das hat geklappt ja das müsste jetzt noch geklappt haben und jetzt und jetzt es hat geklappt boah geil ja wir sind nicht ganz so dumm ein bisschen was im kopf haben wir und nochmal speichern nice ähm ok hier geht es wieder zu die sind achso ok jetzt ist die frage was müssen wir hier machen ok ah den zauberer schon mal gefunden aber den starb noch nicht so wo ist denn jetzt der starb ok den stab sehe ich bisher ist das der dahinten so hoffe ich doch ne das war dann nicht hab ich ihn wahrscheinlich nur eingebildet suchen wir den trotzdem nochmal da geht es anderweitig weiter ok das heißt der stab könnte vielleicht oben irgendwo sein bei harry wenn ich da jetzt mal hoch kommen würde also der stab kann hier wahrscheinlich irgendwo sein gehe ich mal von aus oder hier oder da oben irgendwie an diesen beiden türmchen sage ich jetzt mal nenne ich die mal so denn ... was haben wir da ... ... ... ... okay schade ich hatte jetzt kurz gedacht gehabt das wäre jetzt der weg zu zum starb oder so vielleicht ist es hier unten auch irgendwo nee wo kann jetzt nur der stab sein hier ist er auch nicht da muss schon in diesem areal seien irgendwo in diesem bereich ich habe noch gar nicht geguckt hier haben wir wieder blumen immerhin nein komm nochmal zurück wollte so machen jeder wette da könnte ich hier drin sein ja hier haben wir den okay starb gefunden toll hat super geklappt so und wieder darauf ich liebe die musik gerade wirklich so und dann haben wir den jetzt auch noch geschafft okay jetzt können wir weiter ab du 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 Amen. Amen.